Was mache ich jetzt? Ich dachte, ich tue da einfach Erde rein, dann war's das. Nein! Papier! Verdammt, das hat mich jetzt wieder enttäuscht. Ihr lacht euch jetzt wahrscheinlich alle wieder kaputt. Vielleicht muss es auch freistehen. Ne. Das ist toll genug. Ja, das sieht auch gut aus. Hier rein zur Enttäuschung wieder. Und hier noch einen weiter. So. Das ist ja ärgerlich. Ah. Heute habe ich echt nicht gerechnet. Ich habe schon wieder Hunger. Traurig. Verdammt, warum funktioniert die nicht? Bin ich enttäuscht jetzt. Das funktioniert. So, jetzt könnt ihr mir mal sagen, warum das nicht funktioniert. Das gibt's doch gar nicht. Wurm, ich sehe euch ganz genau. Abkommt, wachst. Mit zu. Tschö. Verdammt, der Mist. Schein zur Enttäuschung. Urlaub muss ich auch wieder kriegen. Scheiße. Es würde jetzt bestimmt im Buch stehen, was ich machen könnte. Aber ich habe es ja verloren. Ich habe es ja verloren. Mist. Super. Hm? Ich brauche alles. Oder brauche ich dafür noch ein Werkzeug? Ich habe jetzt hier eingeben. Hammer. Hammer. Wie? Eisen und R. Ist das? Okay. Nein. Na gut. Hammer des Ingenieurs. Ich decke noch mal. Na gut. Na gut. Ah. Da. Die reinste Enttäuschung. War das wieder mal? Ah, es ist immer wenn ich spiele. Oh, einen Apfel. Den brauch ich unbedingt. Wo ist der Apfel hin? Hatte ich noch einen? Nein, einen habe ich jetzt. Gut. Ach, Mann. Entfest? Ah, okay. Ein höher noch. Und dann zack. Völlig noch nicht. Gut. Traurig, traurig. Verdammt. Das gibt es nicht. Was tue ich denn jetzt? Also langsam kommt die Insel. Oh, danke. Was ist wenn ich jetzt damit... Hm, gut. Ach ne, das muss normales Holz sein, ne? Verdammt. Das ist die reinste Enttäusche. Enttäuschung jetzt wieder. Jetzt stehe ich wieder am Anfang da. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Hallo, du auch. Fühle ich mal mit angesprochen. Habe ich gar nicht vorangetan. So. So. Ein bisschen überdacht. Gut. Warum nicht? Wenn man schon enttäuscht wird. Nein, schon wieder los. Tja. Der Baum wird interessant. So. 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 Viele Sachen wieder. Hm, 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 hm. Was? Warum fällt das? Oh, ja. Ich mach mal die Erde. Na komm. Ach so. Jetzt hier das. Jetzt hier das geht nicht. Okay. Ach so Erde. Komm geht Erde nicht. Hm. Oh. Ehrlich. Eine Stufe. So. So, jetzt kann man abbauen. in Ruhe. In Ruhe. Ist doch so ein riesen Mammutbaum wird, hat ja auch keiner gedacht, oder? Ist das ärgerlich. so ein riesen Mammutbaum ist. Okay. So. 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 Laut. So. Wow. So, für den Anfang habe ich jetzt genug Fäden. Na, kommt er. Komm. Warum geht das nicht? Warum funktioniert das einfach nicht? Fizier. Bringt mir gar nichts. Das sieht was gut aus. Mann. Auch infizierlich. Das ist das. Das ist das.